Das ist die Maus und die Maus kommt gemeinsam mit Armin Maywald zu Holly Münd. Außerdem haben wir zu Gast Inge von Bönninghausen, das ist die Redakteurin von den Frauenfragen, dann die ARD-Moskau-Korrespondentin Sonja Mikisch. Außerdem natürlich Musik, zum Beispiel Gina Deter. Moderiert wird Holly Münd von Sabine Hartelt und das Ganze am Sonntag um 17 Uhr im Best 3. Untertitelung des ZDF für funk, 2017